Hallo, ich bin's wieder, der Roman, und heute habe ich mal wieder eine Deckenaufbauleuchte dabei für den Wohnraum, nämlich die Kana. Die Kana ist aus Aluminium gefertigt und im zweifarbigen Design, einmal Silber, einmal Schwarz. Der Deckenaufbauring ist auch aus Silber, zwei Schrauben zur Befestigung, innen sieht man auch das beiliegende Netzgerät, das ist alles fertig vorverdrahtet, man muss nur noch den Hausanschluss mit den 230 Volt hier anklemmen. Leuchtmittel ist auch schon mit dabei, ein G4-Leuchtmittel mit 20 Watt Leistung von der Firma Osram. Falls das Leuchtmittel mal getauscht werden muss, lässt sich die Leuchte ganz einfach in der Mitte auseinander schrauben. Und der Blick aufs Leuchtmittel ist frei. Bitte nicht mit bloßen Händen die Halogen-Leuchtmittel tauschen, sonst gibt es immer Fettflecken auf der Linse, das ist nicht so schön. Wenn euch die Kana überzeugt hat oder neugierig gemacht hat, die weiteren technischen Informationen stehen hier im Shop bereit. Und dann ab mit dem Ding in den Warenkorb, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal, euer Roman. Ich Colorbuiven 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 Untertitelung des ZDF, 2020